Ich tanze gerne, ja! Herrlich hier, es macht richtig Spaß! Ja, das muss nicht immer blues sein, nur! Die Musik ist irre! So mal, hast du Lust? Wollen wir uns mal verabreden? Gehst du gern in die Sauna? Hast du mal Lust? Bist du auch eine schwarze Lady? Lady in Black? Mein Vater hat immer gerne Amanda Lier gehört. Amanda Lier, sagt ihr das mal? Wer bist du und was willst du hier? Das macht Spaß mit dir! Du bist lustig, ja! Schau mal! Jetzt gibt es mir deine Telefonnummer! Das krieg dich an! Dankeschön, was für den süß. Du bist schön. Du bist schön. Gefährlich bist du. Vielleicht können dich auch zum Essen einladen. Können auch essen gehen oder so, was du willst.